Hier sitze ich in unserem Auto mit den Einkäufen für die Familie für eine Woche und ich warte darauf, dass mein Mann mir diese Einkäufe nach oben trägt. Ich habe einen kaputten Rücken, ich kann das nicht tragen. Ich bin darauf angewiesen, dass er kommt und mir diese Last abnimmt. Körbe tragen, diese Last tragen, das kann ich nicht. Aber nachher, da kann ich mit dieser Sonnenblume gehen und eine Frau besuchen, die das erste Mal ihren Geburtstag ohne ihren Mann feiert. Vielleicht kann ich ja ein bisschen was von der Last nehmen, diesen Geburtstag alleine zu verbringen. Ich kann keine Lasten tragen, die schwer sind, aber ich kann vielleicht andere Lasten abnehmen. Und bei einer ähnlichen Gelegenheit, da traf ich letzte Woche eine Frau, die eigentlich kaum mehr konnte als noch im Sessel sitzen. Aber als ich ging, da sagte sie, wissen Sie, ich kann zwar nicht mehr kommen, aber ich bete jeden Abend für Sie alle aus der Kirchengemeinde. Jeder kann irgendeine Last tragen und jeder ist immer wieder darauf angewiesen, dass andere Lasten abnehmen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Daran erinnert uns auch der Wochenspruch. Einer trage des anderen Last. MAN im Ausdewкр identify LiegestCHAN